Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zum nächsten Zoo-Besuch. Dieses Mal sind wir im Zoo-Reo von Leodi. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Wenn ihr auch möchtet oder wenn du auch möchtest, dass ich deinen Zoo vielleicht mal in Zukunft besuche, dann schickst du mir den einfach über Steam oder Discord oder über Instagram und dann kann das sein, dass ich in Zukunft auch mal deinen Zoo besuche. Heute Zoo-Reo, ich freue mich ganz doll drauf. Der Eingang ist schon der Hammer. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich muss es auch so einfach sagen, es sieht fantastisch aus, der Eingang. Also Hut ab, gerade Eingänge finde ich immer sehr schwer und sehr zeitaufwendig. Und dann so einen hier zu bauen, krass, wirklich krass. Hier werden die natürlich gegenlaufen, aber es ist trotzdem heftig, was hier gebaut ist. Der Zoo soll so ein bisschen auf Artenvielfalt und aufs Auswildern ausgelegt sein. Deswegen bin ich mal gespannt, was wir hier sehen werden. Hier vorne sind auf jeden Fall Vivarien gleich eingebaut. Finde ich sehr cool, so ein Vivariengebäude hier. Und dann ist das auch so gemacht, als würden die hier... Es könnte auch ein Vivarium sein. Finde ich ganz cool. Ach, guck mal, hier sind das Dachse. Da sind ja Dachse. Das war, weil das ein weißer war. Dann sah das erst aus wie so ein weißer Capybara. Ja, Dachse, Leute, hier vorne gleich. So ein süßes Dachsgehege. Mega smart, mega nice irgendwie. Finde ich cool. Kommt Zoo-Feeling auf, ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach so, ah, ah ja, okay. Wir müssen den Fußspuren folgen. Okay, dann lasst das doch mal machen. Hier ist ein Zebragehege. Da oben steht ja ein kleines Babyzebra. Und Kaffernbüffel. Da oben steht Babyzebra. Hier, hier. Da hinten liegt auch nochmal ein Zebra. Da. Ist auch ein bisschen dreckig. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die Kaffernbüffel da ihre Schlammgrube haben. Und dann läuft das Zebra da durch. Und dann passiert das. Da wird gefressen. Finde ich cool. Ich mag den Zaun. Finde ich wirklich gut. Sehr, sehr nice. Wir gehen mal einfach weiter. Dann haben wir hier vorne ein Restaurant. Ein Restaurante. Und zwar... Spinatomelette mit Ei. Ja, wie machst du denn sonst ein Omelette? Wenn nicht mit Eiern. Aber es ist cool gemacht, dass man dann hier so das nehmen kann und so. Das ist nicht blöd. Das ist nicht blöd gemacht. Hier sind auch wieder Tiere. Die nächsten Tiere. Das ist Schwarzbären drin, ne? Ja. Die Gehege alle sehr flach. Aber... Also die sind halt sehr flach von der Erde her. Aber die sind halt ein bisschen aufgeraut mit den Steinen. Und das ist natürlich auch eine smarte Sache. So kann man das natürlich auch regeln. Wenn man sagt, okay, ich baue meistens immer so flache Gehege. Und dann das so ein bisschen aufzurauen hier mit diesen Steinen. Ist gar nicht mal so blöd. Gar nicht mal so doof. Gar nicht mal... Gar nicht mal so blöd gemacht. Finde ich ziemlich nice. Finde ich ziemlich nice. Dann haben wir hier das Gehege halten. Auf der anderen Seite... Ah, da können wir reingucken zu den Zebras. Ich liebe Zebras. Habe ich das schon mal erwähnt? Glaube ja, ne? Ich mag den Zaun auch hier. Der ist auch selbst gebaut. Hm. Finde ich cool. Finde ich irgendwie cool. Ich bin irgendwie... Tatsächlich mega krass... Imponiert gerade. Hatte ich nicht gedacht, als ich Zorio gesehen habe. Heißt doch Zorio, ne? Jetzt muss ich einmal nachschauen. Zorio, ja. Ne. War ich erst ein bisschen überrascht. So, hier vorne Toiletten. Auch gut eingebaut. Auch hier mit dem Dach. Das sind ja so diese... Diese überlappenden Dächer. Tapir. Da ist ein Baby. Ein Baby-Tapir, Freunde. Guck mal. Hallo. Hallo, Baby-Tapir. Und sonst hier ja auch die Tapir. Sind kleine Gehege alles, ne? Aber passend auch irgendwie. Und... In der Story steht, dass die Tiere hier drauf warten. Bis sie dann ausgewildert werden. Und das wäre natürlich cool. In so einem Zoo. Guck mal, jetzt gehen die Dinger hier hoch. Und gehen wir auch hier hoch. Machen wir einfach mal. Und dann hoffen wir, dass wir hier dran vorbei... Ach, guck mal. Pinguine. Afrikanische Pinguine. So süß. Blub. Sind leider jetzt alle im Wasser. Aber ansonsten finde ich das auch cool, dass das hier so ein... erhöhtes Gehege ist. Für die. Und dann kannst du natürlich von da unten... ...kannst du runter ins Wasser schauen. Packt halt ein bisschen. Ist ja erst so aus, als wäre da ein Pinguin oben drauf. Aber es ist nur eine Lampe. Finde ich cool. Man kriegt so ein bisschen... So ein bisschen... So ein bisschen, äh... Ein Gefühl... Ach, da kommt mal das Ende. Kriegt man so ein bisschen Gefühl, wie damals in... Im Zoo of Maine, ne? Kriege ich auf jeden Fall mit den ganzen... Kleinigkeiten hier mit Pflanzen, ne? Die ganze Zeit und so. Man, da darf ich nicht lang gehen. Kann man hier reinschauen, dann? Ceci. Und Cadillac. 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 Sind das... Annabelle... Ach, ne. Dammschaf, hätte ich bei mir gesagt. Dalschaf heißen die. Ist auch ein süßes Gehege. Sind das Eissteine? Das sind Schneesteine, tatsächlich. Krass. Also krass, dass das... Dass das ja so smart ist. Das Restaurant hier. Können wir da auch einmal kurz drüber sprechen, wie nice das aussieht? Lass uns einmal das Restaurant anschauen, hier. Haben wir gut gemacht mit so einer Dachterrasse da oben drauf. Das werde ich so kopieren. Jetzt... Jetzt habe ich es gesagt. Das werde ich so übernehmen. So, wir gehen aber trotzdem mal hier rein, weil... Wird sich ja wohl irgendwas dabei gedacht haben, dass man hier... Dass man hier den Weg gehen soll. Dass hier so ein richtiges Labyrinth war. Oh, sagt er. Okay, wir gehen also hier lang. Jetzt kommen wir bei den großen Pandas vorbei. Der hat auf jeden Fall eine krasse Kletterstruktur. So viel können wir schon mal... So viel können wir schon mal sagen. Und dann ist es halt auch sehr waldig hier bei den Pandas. Was ja nicht falsch ist. Die lieben das ja auch. Guck mal, da. Ja, der ist ein bisschen schneller unterwegs als so die Standard-Pandas, die ich so gesehen habe. Aber gut, geht natürlich ums Fressen. Na, da sind die immer schnell wahrscheinlich. Und dann... Wieder eher langsamer. Es ist cool. Es sieht auch nice aus. Mega gut gemacht. Die Leute stehen auch alle hier. Die Beine in den Bauch. Können wir auch einmal bitte darüber sprechen hier? Das mit den Felsen und dann diese Abgrenzung hier? Super cool. Wirklich sehr, sehr gut. Ich mag das mit den unechten Felsen auch. Hier sind wir jetzt nochmal im Pinguin-Ding. Jetzt sind die natürlich alle draußen und nicht mehr unter Wasser. Ach doch, da. Da wird noch geschwommen. Süß. Süß, 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 die Pinguine. Wir gehen einfach mal weiter. Was ist das? Was sind denn das? Ach, das sind Lampen. Okay. Nein, 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 nein. Das sind Lampen. Ich wollte nur mal schnell schauen, was das war. Wenn ich mich gewundert habe. Hier kann man auch nochmal reinschauen zu den Pandas. Das ist irgendwie mega cool. Irgendwie gefällt mir das. Irgendwie gefällt mir das. Okay, was gibt's hier? Binturongs. Das ist aber ein süßer Zaun. Der ist richtig nice. Der ist aber gut gemacht. Das Gehege an sich ist auch gut gemacht. Ich mag das, dass diese Gebäude mehr dahinter sind. Und ich mag das mit den Flachdächern. Das ist ja so mein... Das ist ja so mein Liebstes, ne? Hier die Kleiderstruktur gefällt mir halt auch. Das sieht schon ziemlich nice aus als Gehege. Warum sieht denn das so geil aus? Es ist halt... Es ist ja nichts... Es ist ja nichts... Nichts... Nichts Aufregendes. Weil es halt... Es ist halt so simpel und es sieht so gut aus. Das ist halt das, worüber ich... Worüber ich schockiert bin gerade. Weil natürlich... Natürlich machst du so eine kleine Höhe mit... Erhöhung mit den Chelsen. Und schon sieht das halt mega cool aus. Das ist halt, weil ich nicht drauf gekommen bin, dass man das so machen kann. Und gerade bei den Binturons. Die sind ja auch nicht gefährlich. Da ist das halt... Guck mal, wie dicht die auch sind. Das ist halt so Zoo-like. Deswegen bin ich, glaube ich, so... So krass. So krass imponiert. Weil das so mega Zoo-like ist. Ich war letztens erst im Zoo und hab das dann auch so gesehen. Deswegen find ich das cool. Ist richtig, richtig gut gemacht. Da darf man leider nicht reingehen. Na, das ist denen schon mal sche... Blöd egal, ne? Hier sind Wölfis. Streifen die durch die Gegend hier. Ist auch ein schönes Wolfsgehege. Die Gehege sind wirklich hier sehr, sehr gut gemacht. Gehen dann mal hier vorne nochmal... Ah, das ist der Eingang, ne? Ja. Hier ist wieder ein Restaurant. Ja, das ist natürlich dann... Das ist dann kopiert. In Anführungsstrichen nur kopiert. Hier gibt's immer noch Spinat-Omelet. Mit Ei. Dann hier ein Food-Truck. Beziehungsweise ein Cupcake-Truck. Ich nehm heute den mit dem Panda. Bitte. Und für euch, ihr kriegt den mit dem Frosch drauf. Finde ich. Weil ihr gerne grünes Icing haben möchtet. So, hier so ein kleiner See. Auf der Seite gar nichts. Aber dann geht's hier wahrscheinlich rein. Genau zu den Lemuren. Zu den Varis. Auch ein hammer cooles Gehege, ne? Auch mit dem Berg hier. Also mit dem Hügel. Oh, das ist ne geile Kleiderstruktur. Gefällt mir. Gefällt mir, Freunde. Gefällt mir. Finde ich gut. Und dann auch, dass die hier halt rüberklettern können. Aber die können halt auch rüber springen, weil das sind halt Varis. Ach, und Cutters sind auch hier drin. Zwei auf jeden Fall. Sehr süß. Sehr sweet. Finde ich richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Guck mal, wie viele hier sind. Kommt auch richtig Stimmung auf hier in dem Gehege. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wir gehen wieder zurück. Den Weg. Also ich vertraue 100% auf den Pfad, ne? Da ist wieder der Panda. Sind auch... Ist ne gute Tierauswahl. Kann man auch ruhig... Kann man auch nicht so nochmal so sagen, dass das echt ne gute Tierauswahl ist. Für so'n Zoo. Der so auf Arterhaltung geht und so. Jetzt gehen wir hier lang. Und dort sind die... Da ist halt ein Wolf. Müssen wir mal schauen, was für Tiere hier drin sind. Vielleicht sehen wir welche. Polarwölfe. Da geht einer. Das wackelt ein bisschen. Ein bisschen Kollision. Kollisionskurs. Polarwölfe. Ja, da hätte ich es auch gesehen. Wieder so'n Gebäude für die Mitarbeiters. Und hier darf man die Wölfe nicht füttern. Sieht auch krass aus. Mit den Felsen. Mehrere Etagen. Und man guckt hier halt rein in das Gehege und so. Richtig gut. Richtig, richtig gut, Leute. Guckt es euch an. Schaut es euch ab. Ist wichtig. Und ladet euch auf jeden Fall den Zoo selber im Workshop runter. Müsst nur ein paar Besuche rauslassen. Und dann geht den mal selber besuchen. Weil das ist wirklich sehr gute Arbeit. Muss ich so sagen. Hier die kleinen Wölfis. Die Polarwölfis. Die ich ja auch hübscher finde als die Zimmerwölfe. Muss auch gesagt werden. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Da unten waren wir dann scheinbar schon. Gehen wir stattdessen hier rüben. Ist das auch noch Polarwölfland? Ach, das ist alles Polarwölfland. Das ist, weil die da unten durchgehen können, ne? Ja. Unter der Brücke durch. Da sind mal Quarken. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal hier beim Schnee-Leo. Der hier vielleicht irgendwo sein Unwesen treibt. Wahrscheinlich da hinten unter diesen Unterständen hier. Weiß nicht, ob wir den hier sehen können. Da ist einer. Da sind sogar zwei. Das sieht auch cool aus mit den Hölzern da in der Mitte. Wie das Kollisionsding fliegt. Also das Ding hier. Das Fleischbeuteding. Okay, ja. Dann können wir hier also dran vorbeigehen. Aber das ist auch... Sieht auch cool aus. Das hier. Das sind halt auch die unechten Felsen. Die unechten Felsen, die finde ich halt richtig, richtig gut aktuell wieder. So eine unechten Felsen-Phase, in der ich bin. Und hier sind Makaken. Hoffentlich kann man gleich noch ein bisschen besser in das Makaken-Gehäge schauen. Aber ansonsten sind die halt auch mega cool. Darum laufen Pinguine. Waren wir nicht eben erst mal Pinguinen? Wie ist denn der Zoo auch aufgebaut, sag mal? Man geht wirklich von A nach B. Aber es funktioniert. Das muss man leider auch sagen. Das funktioniert halt. Hier sind heiße Quellen für die Makaken. Haben auch eine schöne Kletterstruktur hier, eine große. Gut, da sind natürlich auch Blueprints viel davon, ne? Aber es macht ja gar nichts. Und dann hast du hier die Makaken. Das ist ein schönes Gehege. Ist das denn hier schon Pinguinland oder können die hier noch nicht hin? Das ist Pinguinland. Guck mal. Die leben hier, die Königspinguine. An der frischen Luft auch. Da tue ich mir immer ein bisschen schwer, ne? Bei den Königspinguinen. Das ist so ein bisschen blöd. Wenn du realistisch bauen willst, müssen die ja eigentlich in so einem Haus sein. Aber so spieltechnisch wäre es halt am besten, die auch draußen zu haben. Ich weiß nicht, das fühle ich es auf jeden Fall ein kleines Problem. So rein spielmechanisch gesehen. Oh, hier sind Eisbären? Wo ist denn deren Gehege? Wo kommen die denn auf einmal her? Habe ich ja gar nicht mitgerechnet. Grisslis hätte ich jetzt gesehen. Aber Eisbären, krass. Krasses Gehege. Jetzt müssen wir, glaube ich, zurückgehen. Fühle ich gerade. War das eine... Makaken wieder hier. Hier ist ein Weihnachtsbaum. Weihnachtszeit, Leute. Tausch... Ach, ne, warte mal. Tauchstation ist das hier. Die Tauchstation für die Eisbären. War so eigentlich ganz gut. Ganz gute Macht. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Tauchstation. Gut gemacht mit den Hölzern hier auch. Auch realistisch mit den Querhölzern. Gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr nice. Aha, dass du hier... Polarfüchse. Guck mal. Hallo, Babyfuchs. Aber auf der Seite sehen wir jetzt erstmal Eisbären. Vielleicht. Das sind aber coole Unterstände, die hier haben. Das geht ja schon fast in die Kategorie Pergola, ne? Würde ich jetzt schätzen. Und auf der Seite dann halt die Polarfüchse. Da ist eine. Und da läuft noch eine. Laufen sogar zwei. Auch hier schön mit der Erhöhung und so. Ja, gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Ich meine, guckt euch mal die Treppe an. Das ist richtig gut gemacht. Ich bin wirklich... Bin wirklich, äh... Wirklich von den Socken hier in diesem Zoo. Hier die Dullis. Da fliegt so ein kleines Baby scharf. Die sind ja auch nicht gefährlich oder so. So, dementsprechend passt das auch so. Da liegt... Da liegt man mal scharf und schläft. Der schläft nur, Leute. Der schläft nur. Ende. Das war tatsächlich... Schon der Zoo. Aber er fühlt sich richtig, richtig gut an. Das könnte... Also, das fängt ja auch schon mit dem Eingang an, ne? Auch hier mit diesen ganzen... 1060 Teilen. Das sind auch die ganzen... Die ganzen Pflanzen, die da mit drin sind. Und Steine... Sind da auch Steine drin? Ja, nur Pflanzen. Aber die Mose und so. Das ist auf jeden Fall auch... Ist kein Mulch drin. Aber es ist krass. Es ist wirklich krass. Und es gefällt mir richtig, richtig gut. Das Zebra-Gehege hier... Warte mal. Ich glaube sogar, dass die beiden Zebras hier... Die haben irgendwie Probleme, glaube ich. Habe ich... Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Könnte aber auch nur ich sein. Weil das kommt auf jeden Fall raus da scheinbar. Aber die anderen auch. Das Gehege, das hat sich gar nicht so angefühlt, als wäre man da vorbeigegangen. Aber jetzt... Jetzt, wenn ich es von oben sehe, ist es ja auch nicht so mega krass groß. Das mit den Dachsen hat mir ja schon... Hat mir schon richtig gut gefallen. Und dann kommen auch noch die... Die Schwarzbären und dann hier die Wolfsgehege und so. Das Bintoron-Gehege, das war mein großes Highlight. Schreibt gerne in den Kommentar, was euer krasses Highlight war. Guck mal hier, die Eisbären haben aber auch... Ach, dann hatten die dieses Schwimm-Ding und dann hatten die die Seite und dann die Seite. Da ist so einiges, was richtig gut ist. Und tatsächlich, die Pinguine können bis hier unten gehen. Wenn sie wollten. Wollen sie aber nicht. Heftig. Heftig, Leute. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Zoo haltet. Ich bin absolut Feuer und Flamme. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, vielleicht im nächsten Zoo-Besuch. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der mit dabei wird. Gut. In diesem Sinne, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hau das mal rein. Und danke, dass ich diesen Zoo besuchen durfte übrigens. Bis zum nächsten Mal. choose